Ja, wo geht die Reise in der Zukunft hin? Einmal sicher, unsere Direktvermarktung, die wir mit Rindfleisch und die Mama mit ihren Bockhornen, speziell Bauernbrot betreiben, weiter ausbauen, speziell auch beim Rindfleisch. Weil die Tendenz eben für die Kunden geht immer mehr in die Richtung, ich will es direkt vom Bauern kaufen, ich weiß wo das herkommt und durch das möchte ich das in Zukunft, wenn ich den Hof übernehme, ausbauen und ja, ich finde einfach, das ist eben meine Leidenschaft und was kann man sich schönes vorstellen, wenn man fix daheim sein kann, sein Arbeitsplatz daheim hat, kann sich seine Arbeit einteilen und ich finde, als Bauer hat man einfach den schönsten Arbeitsplatz da wird.